Alarm für die Feuerwehr Bad Schwalbach in der Nacht zum Sonntag. Kurz nach Mitternacht war im Apartment eines Wohnhauses im Martha von Opelweg ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreten war gleich eine starke Verrauchung zu erkennen vom Balkon und ein Stockwerk. Das zweite Obergeschoss war komplett wegweilend. Erst eingeleitet war die Person, die ich da befunden habe, nach draußen geleitet und direkt zwei Trupps unter Abendschutz in die Wohnung vorgeschickt. Um nach einer Vermissten zu suchen, was am Anfang nicht klar war, ob jemand drin war oder nicht. In der betroffenen Wohnung, die wahrscheinlich durch eine Zigarettenkippe entzündet wurde, befand sich niemand. Dennoch kam der Rettungsdienst zum Einsatz. Es wurden insgesamt zehn Personen übergeben, auch ein Feuerwehrmann, der leicht verletzt wurde mit einer Rauchgasintoxikation. Und meines Kenntnisstands werden drei Stück in der Klinik zugeführt.